In der kommenden Episode werden wir vor allem etwas über die Sportarten Sepak Takwa und Muay Thai erfahren. Ich glaube, ich bin in der Beosasie. Ich bin auf der Beosaszulele. Also geht es auf die Seite und will man drauf. Hier ist die strengelbe. Der Besuch ist der Be styling. Bis zum nächsten Mal.